Hoffen wir, dass mich niemand bemerkt. Hoffen wir, dass es jetzt weiter geht mit Assassin's Creed Odyssey. Ja, Leute, was geht? Alles fit bei euch? Hoffentlich doch. Denn wir machen jetzt weiter mit Odyssey hier. Odyssey auf dieser schönen Agolis. Genau, so ist die Stadt. Äh, äh, die Insel. Agolis. Agolis. Ich komme. Ja, wir machen jetzt weiter. Ja, sie liegt, äh, ja, das ist die Hauptquest. Wir machen jetzt natürlich weiter hier in Agolis. Richtung Hauptquest gehen wir so ganz langsam. Und, äh, ja. Uh, da ist wieder ein Puma. Ein Puma, oder? Nee, ist das ein Puma? Nee, ein Puma, nee. Jaguar, ne? Keine Ahnung, was weiß ich nicht. Egal. Ah, die Raben fliegen hier wieder. Ja. Sieht immer so geil aus. Nee, Raben fliegen hier wieder. Gut. Ah ja, die wollten dafür, wo ich mich angreifen. Oh, da ist endlich hier noch irgendwas. Oh, okay, Entschuldigung. Das hab ich jetzt nicht gedacht, muss ich ehrlich sagen. Ich bin überrascht. Oh, oh, Entschuldigung. Mein Fehler. Oh, leid. Komm nicht wieder vor. Ups, das wurde wieder. Ja, sorry. Tut mir sorry. Tut mir sorry. Tut mir echt sorry, ne? Tut mir sorry. Tut, 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 ich will das haben. Gib es hier. Rauf, Bolt, wat? Rauf, Bolt, Kampfhandschuhe, alter. Uäh, 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 der kommt, der kommt, der kommt, der kommt, der kommt. Warte, 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 locken wir ihn nach draußen. Hey. Los geht's. Äh. Da rein, da rein, da rein. Ja, ja, komm. Komm mit. Raus mit dir. Komm, wir gehen raus. Ich hab sie. Das ist doch gar nicht. Das ist eine Lüge. Die Götter retten dich nicht. Ratsch, klappe ich richtig gleich. Ach, nein, warte. Fick dich. Nein, ich schlage. Ich bin auch schon, 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 ich bin auch schon. Ich bin auch schon, 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 ich Genau, dass ich hier einen kleinen Überblick habe. Das Heiligtum des Askelepios, des Gottes der Heilkunde. Ich wende mich lieber an einen Arzt, wenn ich krank bin. Ja, würde ich auch sagen, ne? Arzt ist, glaube ich, besser als Heilkunde-Kacke. Würde ich jetzt mal sagen, ne? Ja, sehr schön. Dann haben wir das auch schon. Dieses witzige, dieses kleine Gästehaus war. Ich bin schon Level 28, ach so jemand. Die sind 26, aber zwei Level über die. Oh Gott. Ja, es gibt aber zu viele coole Sachen hier mitzumachen, ne? Oh Gott. Ich bin ja, wir sind ja. Ich muss mich auch an den Gästehersack Ça�� sehen. Ich bin ja, wir sind ja. Abonniert den wir aussehen. Ich bin ja, wir sind ja im Gehirn. Ich bin ja, wir sind ja Suppensalien damit. Wie, du bist明白, wenn ich bin. Ich bin ja, wir sind ja nur noch nur noch nie. Ich bin ja, wir sind ja jetzt noch nicht. wir auch in die richtung ja was eigentlich wieder weiter weg frage ist wollen wir jetzt mal zur quest ein bisschen weg von der quest dann würden wir weg gehen oder würden wir hier wieder aufkreuzen ist aber schon schlau na gut warum nicht machen lassen wir machen ich finde die hauptkosten machen wir sowieso also immer für die hauptkosten wieder nebenbei ne also ich zumindest keine ahnung also immer die hauptkosten sowieso nebenbei halt so hier mal ein bisschen hauptkosten ist jetzt aber auch nicht so dass lol hühner greifen mal an alter nicht schlecht ja 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 als maul so wir gehen jetzt erstmal hin ja wie ich sagen machen kann im weg ja warum nicht man ich glaube alle fahrzeilen wenn wir sowieso auf dem hinweg nicht bekommen ich will noch ein paar abklappern weil wenn ich zum rückweg hin ist ja auch ein bisschen kann man so und so machen die keule des herakels auch mal wie eine festung hat es mal wisch na gut was schönes weiß ich jetzt nicht aber kann man machen das nicht sehen lassen du bist auch ein dumm sehr gut dass du dich aber hier ach so das ist gar nicht so ok wer ist dazu bei der antik jaja jaja haben wir haben die wach noch nicht alle noch zwei noch mal zwei jetzt hab ich alles ok jetzt heißt es angreifen egal ich bin so gut leer für den öffnen kampf gerade wenn es gut läuft der offene kämpfer okay okay so So. Oh Gott. I'm right here, I'm right here, I'm right here. Gott kämpft ihr Scheiße. Habt ihr Kollegen schon gleich tot, ne? Hier versteckten die Karkopen, also Herakles, Olivenholzkeule. Aha. Hey! Also liegt hier dann? Oh. Ja tut mir leid. Äh ja. Jo ist geil, das ist doch mal was zum Teufel, das ist nicht angekommen. Aber das hier. Na und jetzt, ne? Der Kuh. Das ist erledigt, ja? Ist die auch jetzt ne von Kultus? Wird sie auch zu den Kultisten? Ja. Das ist ja immer weh, ja immer weh jetzt nicht der Gegner, ne? Kann ich mir halt irgendwie schon gut vorstellen bei der alten. Was sie zum Kultisten gehört. Weil Kultisten Wachen waren, naja. Ich weiß ja nicht, ob sie auch da jetzt dazugehört. Das kann ich mir aber gut vorstellen. Na? Oh, neue Schwert. Uh, neue Schwert. Das ist ja gut. War auch unter meinem Level. Aber meins ist natürlich Level 25. Ja, natürlich ein Level 25er. Sehr freundlich. Sehr freundlich. Scheule des Herakles. Sehr schön, wir haben es geschafft. Gut. Gut, dann gehen wir da lang. Ah, sehr schön, dass sie von selbst entfernt. Geil. Wir machen ja nur noch die Frage, wir machen ja nur die Fragezeichen. Das ist unsere nächste kleine Stadt hier. Dann haben wir ja schon mal, haben wir ja schon mal wieder ordentlich was erkundet, ne? Ja, aber okay. Ja. Aber die Map ist ja noch groß. Ich weiß ja nicht, wie viele von der Map jetzt mittlerweile erkundet haben. Ich weiß ja nicht, wie viele von der Map jetzt mittlerweile erkundet haben. Na gut, gehen wir erstmal hier. Aber die Assassin's Creed Odyssey hat ja sowieso seine ganz eigenen Regeln gegenüber den anderen Assassin's Streets. Ich hätte auch nie geil, als Assassin's Creed mal so wird. Ich hätte eher gedacht, nach dem Neuanfang, nachdem sie eigentlich ja eine Pause gemacht haben, dass sie eher so einen die Assassin's Creed wieder machen. Mit einer ganz anderen Story oder irgendwie so. Alles sich denn so einbauen? Das ist halt schon echt geil. Aber es ist ja auch irgendwie ein logischer Schritt. Also logisch halt schon, rechne ich damit nicht. Also wenn man so will, ja, logisch ist er schon, aber... Aber muss man nicht mit allem rechnen, ne? Was passiert? Wäre ja auch schade. Wäre ja auch doof, wenn man schon alles wüsste. So, haha, das passiert, das wird passieren. Das geht lieblich. Doch, mein Freund, dort ist wirklich. Du wirst nicht, ich bin genau richtig. Gut. Enter. Ja, natürlich da noch einer. Ach, er hat ihn. Klappe. Wo ist der? Oh Gott. Ich habe einen schönen Gehmer. Ich habe einen Schaden, ich habe einen Schaden. nur einer sich jetzt mal ganz kurz ok interessante animation so wie viel gibt es ja 22 so einig an oder rein nummer eins ja gut ich brauche ja sowieso nicht aber die quest sagt interessant nein ich gehe da einfach rein mensch ohne witz willkommen ja ich weiß willkommen ist jetzt ein screener die steuerung dann ist auch echt mal zum so damit habe ich nichts neues bekommen hier ganz viel neues brauche ich mehr besser haben sehr schön so sehr schön ein neuer tempel das drakon rätselt scherzen im felshaber können einfach den haupteingang nehmen fällte ich auf guten morgen kann ich helfen hier ein stich das hier das scheiß kollegen sagen ich weiß es rätsel aber ich will es noch gleich denn da war er sehr schön scheiße egal das tut mir leid das wollte ich gar nicht nicht hier ganz schön heute mal loswerden weil hier gerade keiner ist nicht ganz praktisch hey übernimmst du die neue wache tut mir leid jetzt nicht mehr wo ist jetzt dauerurlaub soja wenn wir entdeckt werden dann kann man ich wollte es noch nicht was denn du bist ein riesenfeder ich habe doch gesagt du machst riesen fehler er ist immer mal auf die herren sehr nett danke sehr schlangenbogen sehr schön akropolis von ip dauros so wie wollen wir dann halt sagen dass wir als nächstes einfach da ist jemand nehmen dann würde ich sagen dass wir erst mal hier lang gehen wenn denn ich werden dann nicht gefolger verfolgt dass wir erst mal hier lang gehen und dann dann nachher aber hier so weg sind würde ich sagen auf dieses ziel gut leute würde ich sagen danke für die jetzt fürs zuschauen wir sind in der nächsten folge wieder euer pyrus bis zum nächsten mal tschüssi